Ah, guten Tag, ihr seid auch da. Sehr gut, sehr gut. Darf ich mich dazusetzen? Dankeschön. Dankeschön. Also, meine lieben Damen und Herren da draußen, ich habe ein Riesenproblem momentan. Wenn ich spiele und ich spiele meine Deep mit verschiedenen Bills, Kondi, Stab, ich habe sogar ein eigenes Bild nur von Skippen von Wegen. Aber das Problem ist, wie kann ich mir all diese Sachen merken? Es ist nahezu unmöglich, auf all meinen Charakteren alle Bills auswendig zu kennen. Und da kommt genau unser Produkt an den Mann. Und zwar gibt es das sogenannte, wartet drauf, ArcDPS Bild Template. Genau, das ist ein ganz einfaches Programm, was ihr euch easy und kostenlos installieren könnt. Wie ihr seht, kann ich mit diesem Bild Template, ihr seht es hier, Skillungen, Traits und Gear einfach so speichern und in Sekunden wieder aufrufen. Wir haben jetzt, wie ihr seht, ein komplett zusammengewürfeltes Bild. Ich habe gar keine Ahnung, was das soll, aber wir können mit diesem Stab, Stab, Stab und Load innerhalb von Sekunden, ohne dass ich meine Hände benutze, die komplette Skillung wechseln. Das ist ein Ding, Leute, oder? Das ist ein Ding. Das heißt für euch, ihr müsst keine Bills mehr auswendig lernen. Ihr müsst keine nervigen Traits mehr tauschen. Es ist einfach ein Programm, was ihr euch nicht für 9,99, auch nicht für 5,99, sondern für 0,00 Euro einfach so bei ArcDPS runterziehen könnt. Ist das nicht ein Ding? Das ist ein Ding, Leute. Das braucht eigentlich jeder PVEler. Jeder echte PVEler braucht das eigentlich. Das Schöne an der ganzen Sache ist, die Installation ist super einfach, super schnell und es hilft euch super weiter. Und das ist halt genau die Sache. Ich habe mir das Bildtemplate direkt am ersten Tag, als es rauskam, geholt und ihr werdet es nicht glauben. Ihr sitzt da draußen und denkt so, wow! Wow! Tiger! Aber dieses Programm, ArenaNet wird dieses Programm doch niemals im Leben zulassen. Das ist, es ist so unglaublich. Es ist so gut. ArenaNet kann doch nicht so einen immensen Vorteil, einfach so, ohne Probleme, ohne meckern, nutzen. Die können doch nicht einfach sagen, dass man diese Bildtemplates erlauben kann. Und jetzt kommt das Ding nur für euch da draußen. ArenaNet hat es offiziell legitimiert. Das heißt, ArcDPS Bildtemplate ist erlaubt und darf genutzt werden, ohne Konsequenzen für euch da draußen. Also, schlagt jetzt zu. ArcDPS Bildtemplate ist das Ding für euch da draußen. Falls ihr keine Bilds mehr auswendig lernen wollt, sondern sie einfach speichern wollt. Also, holt euch ArcDPS viel Spaß.